Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange 2. Wir sind immer noch in der Wüste, an dem Ort, wo unsere Mutter lebt und wir momentan auch nicht gestrandet, sondern freiwillig, ausnahmsweise mal freiwillig hier sind, als Zwischenstopp auf dem Weg nach Puerto Lobos, wo wir hoffentlich irgendwann mal hinkommen, aber erstmal müssen wir uns hier noch weiter umsehen. Eine kleine Werkstatt-Ecke und, ah ja. Was geht's, Johan? See for yourself. Man, check this out. Okay, Daniel, let's take a little break. Got it. That child is something special. Yeah, I hear this one a lot. Don't worry. Yeah, I bet. But you have your own talent, Sean. I'm dead serious. Ja, man muss noch viel lernen. Thanks. But I still have a lot to learn. Of course you do. Only dumbasses think they know everything. It's okay to not know stuff. Don't worry so much about the outcome. An artist has to take a leap of faith about every other week. Did you always want to be an artist? Good grief, no. So, I tried very hard not to be one. Till I realized it was useless. Listen, if you want to be an artist, you will be. It's not always easy. But in the end, it's pretty fucking cool. Speaking of, do you mind giving me a hand here? Oh, uh, I don't know, if I can. Yes, you can. I just need your input. Okay? Yeah, that's can I. Glaub ich. Klugscheißen, ne? Why not? Ah, there you go. Now, stand over there. Daniel? Are you ready to start again? Oh, yes. Hold on. So, for my next trick, I'd love to see if you can connect these three pieces. I've made a model of what I have in mind here, but go ahead and be the artist. And we don't need a crane to lift this stuff. Daniel can snap these together like Blocktoys. Hell yeah. Let's do this. Ah, ja, okay. Also, wir sollten, wir sollten das Modell so irgendwie bauen. Ja, können wir ja machen. Genau, einmal, also, da kommt dann der Metallbauch, Metallarm, Metallkopf. Gut, dann würde ich sagen, der Kopf. Man, ich dachte, meine Kunst war weirrend. Also, nee, dann machen wir jetzt erst den Bauch. Oh, maybe that's supposed to represent the Earth. Füge's mal hinzu. Okay, Daniel. Can you slam dunk the Earthball onto the base? Watch this layout. Oh, you should totally do like the model. But with the spider on top. Ach, das müssen wir jetzt drehen, auch noch. Moment. Gut, das ist, glaube ich, egal, weil der Bauch ist irgendwie so... Also, das Ding ist eigentlich egal, in welche Richtung wir das drehen, oder? Hey, kann man das Earthball ein bisschen umdrehen? Ja, machen wir mal so. So, dann die Arme. Sieht wie ein verdammter Steampunk-Spider. Jetzt... ...dass wir den Spider anbauen. Da geht's! Yo, kannst du das... Ja, das, ähm, Spider-Thinge? Ja, das war das falsche, rechts. Ähm. Vielleicht... ...dass du dir einen anderen Twist? Genau. Also... Ja, ist natürlich die Frage, wenn ich sage, nach links... Okay, das ist... Da habe ich andere, andere Orientierung, wie es aussieht. Okay, gut. Und dann noch das Köpflein drauf. Ja. Hm, jetzt... ...dass wir den Herr Pancake-Head auf den Pädestal. Schau es ab! Beide auf, Daniel. Ich will nicht, dass du getötet hast. Ja, sieht cool aus. Ja, sieht cool aus. Sieht auf jeden Fall cool aus. Schulbus. Kommt man da hin? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, kommen wir nicht hin. Gut. Ja, jetzt haben wir... ...haben wir jetzt alles gesehen. Ich hab schon noch etwas mit dir. So, okay. Haben wir jetzt alles gesehen. Ah, da ist noch ein Stuhl. Können wir uns da wieder hinsetzen und zeichnen? Nee, wir setzen uns mal nur hin. Ja, da ist noch ein Stuhl. Ja, das ist noch ein Stuhl. Mirage. Du denkst, du kannst es sehen. Aber je näher du es getötet... ...das ändert sich. Ich dachte, die Leute hier würden wie Freaks sein. Ja, wir wurden ja eigentlich gut aufgenommen. hier in der Stadt. Ich wünschte, Daniel war nicht der einzige Kind in der Stadt. Ja, aber er hat sich ja gut eingefügt. Ich wünschte, die Hippie hat dieses Ort angefangen. Ich beginne, warum jetzt zu sehen. Drei mal. Drei mal. Drei mal. Ach, schön. So, und hier eine große Windmühle. Bringt die, was macht die eigentlich? Ist das ein Generator, oder ist die einfach nur da? So. Können wir da jetzt noch weiter? Jetzt schauen wir noch, ob wir da noch hinkönnen. Diese Part der Stadt ist tot, diese Zeit im Jahr. Ich sollte hier draußen bleiben. Ja, ist eh groß genug, das Gebiet. So, dann quatschen wir mal mit Stanley und Arthur. Hey, was ist denn? Morgen, Sean. Seid uns. Seid mal. Ein Zeitpunkt für unsere speziellen Desert-Brew. Und uns frei. Danke. Vielen Dank. Sean, es ist zu früh, zu wundern zu sein. No kidding. Hey, how was your sleepover in the canyon? Amazing. We watched the sunrise. Daniel loved it, too. That's my favorite view out here. It's like ancient times, but it never gets old. Unlike us, darling. That canyon will be here long after we're gone. Hope you looked up. We did. Thanks for hooking us up. Anytime. Even my daughter Becky loves to stargaze when she visits us. That's the only way to get Arthur to camp now. Becky is the real astronomer in the family. Wonder where she got this. From her mom, probably. Hope you guys get to meet Becky. Um, yeah. Does she come visiting often? Not as much as I'd want. Can't really blame her. But, you know, some parts of the year this place is full of friends and family. Christmas, for example. So... Why did you come out here? Because we got tired of people's bullshit. Things change. But being gay is still dangerous. The end. Sean, I'm almost 60 and I was a happily married man for 20 years until I came out. I don't blame my family for being in shock but I didn't think they'd disown me. My other daughters won't even talk to me anymore. So why stay? After we got together we both had serious breakdowns. Then we got the hell out of the Bay Area. For the better. I hear that. I'm just so fucking tired of running. I hope me and Daniel find our own... away. You will. People come here to reset their life. Become the person they want to be. Or used to be. You're smart. You'll figure out your next direction. Right, Gramps? Speak for yourself, Grandpa. My body might be 59 but I'm 25. Aha. I'll remember that on the next hike. I'm gonna hang around before it gets too hot. Thanks for the desert brew. Please, you remind me of Clarence Steven. In a weird hippie version. Hey, Sean. What were you doing at Oscar and Stanley's place? You're a little too young to be stalking me, dude. Ähm, you know what? I saw them kissen the other day. Wo is her? Kind of weird. Ähm. You know, it's actually normal for people and love to kissen. Right? I know. I just mean they're really cute together. I hope somebody cares about me like that when I get old. Wo is der gerade? Die Stimme is hier lauter geworden? Ach, da oben sitzt er. Ah ja, da is er, der Bub. Okay. Dacht ich mir schon, wo is denn, wo is denn der hier? Ja, da hättest du auch direkt bereden können, Kleiner. Superwolf to Professor Dean. Copy? I hid something super cool for you to find. Will you accept this quest to find my secret treasure? Auf jeden Fall. 10-4. Okay. You're on it, Nano. If I can find you in a forest, I can find anything. Yes. Thanks, Sean. Listen carefully. You must find the two items that will reveal where the treasure is. Deal. So for the first item is near the place with many winds that cannot fly. That's it. That's your clue? You can do it, big brother. I hope. And don't worry, check the mom's trailer. It's outside. It's so cool, that people want to give a second life to their stuff. Okay. Ja, gut. Ja, ich bin mir sicher, dass das bei der Windmülle ist, weil die hat sehr viel Flügel, aber kann natürlich nicht fliegen. ein versteckter Hinweis. Ein versteckter Hinweis. Juhu. Wir haben's gefunden. Ja, der Sonnenschirm, oder? Der ist die Sonne. Oder was ist denn sonst die Sonne? Nein. So kalt wie immer. Weeeeeeey kalt. Ah ja, okay. Ja, ja, ist schon recht. Moment. Was könnte denn die Sonne noch essen? Geh in die Sonne. Ja. Hm. Du bist in der Mittelpunkt. Nicht zu weit. Geh in die Sonne. Ist hier irgendwo ein Hinweis? Ist hier warm? Warm? Du warst so nah. Geh zurück. Hm. Ah, Solarmodule. Die hab ich gar nicht gesehen vorher. Cool. Sehr smart. Du wirst niemals aus Sonnen in der Sorge. Ja, das ist richtig. Okay, Solarmodule. Okay, Solarmodule. Okay, solarmodule. Okay, solarmodule. Okay, solarmodule. Sie sind hier. Ah, da, Hinweis. Cool. Ah, ja, beide aufeinandergelegt. Ah, ja, beide aufeinandergelegt. Okay. Es ist bei den Autowracks direkt in der Mitte. Okay. Aber so cool, wie er die Karte hier gezeichnet hat. Ach, das ist schon schön. Okay. Nice. And it's a tracing paper sheet with a red cross. Yeah. Now just match up to the other paper. And the treasure is yours, Captain Diaz. Ahoy, matey. I think I have the whole treasure map. Yay. Hi, Captain. Now you just gotta dig your way to the treasure. Hope you know where to go. That's a cool-ass map, you drew, dude. Thanks. Chris told me everything about treasure hunting. Oh, looks like something is buried here. Oh, oh, cool. Yes. I think I have found the hidden treasure. Yeah, I knew you could do it. I found this under an old trailer. Looks like gold, right? Um, I'm not a prospector, but it looks like the real deal. Storr! You know what time it is. Victory! Dance time! Come on, dance! You asked for it. You asked for it. Nach allem, was sie durchgemacht haben. Ja, 100% sie. Entschuldigt. Wir helfen ihr mit den Kofferlern. Ich lasse ihn wissen, wir sind zurück. Ich lasse den Kofferlern. Hey, guten Morgen. Wie geht's, Sean? Hey, was geht's? Wie war die Stadt? Ich liebe diese Schritte. Die Leute schauen uns an, als ob wir Aliens. Hier kommen die Sandbeamte. Die Deserterer haben mit Offerungen von Das Kapital zurückgebracht. Jolie! Ich erinnere dich. Die nächste Mal, du kommst mit uns. Wir sehen uns. Sieht gut. Was ist dein Geheimnis? Die Todesmacht auf jeden Fall. Und die Rating. Oh, genau. Du kannst nicht vergessen. Hey, danke Angel. Hier. Du bist der Mann, Karen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wie lief ihr euch, eure Nacht in den Kampen? Es war super. Oh. Es war super. So many stars. So quiet. Good call, Karen. I knew you'd like it. Stargazer. Glad you got to see that. Hi, Mom. How was the town? Town life always sucks. But we got something for you. Think fast. Whoa. Yes. Thanks, David. You want to play catch, Danny boy? Totally. Me and dad always used to play. But I'm way better now. Kannst du den nicht normal werfen? No matter what he's been through. He just wants to be a kid. And play. Yep. Daniel hasn't been like this in forever. You've all been a good influence on him. About time you boys went camping. Hope Daniel didn't get scared by all the critters. Yeah. Not anymore. He's seen a lot worse. And that made him tougher. And he can defend himself. You're right. And he does like to show off. Maybe too much. You boys have been here over a month. And I still can't get over Daniel's... ...skills. Um... Does that kinda scare you? Me? Goddamn right it does. Never met someone with a super power before. I try to be a good influence. Not always easy. But... He listens to me. I don't know if I did right. Guess you never really know. Listen. Raising a kid is the toughest job in the world. Trust me. Combat was easier. Oh. You didn't tell me you had kids. How many? None. I was a stepdad. Or... In her case... A step-douche. Before her mom died... We never got along. She was angry. I was stupid. We were like... Oil and water. And she was always starting shit. Guess that's hard for a kid to get a new father. Especially one like me. I just had no clue how to deal with her. Wish I did. But... We eventually... Made our peace. Anyway... Can't go back. Nope. Thanks for talking, David. Better start my delivery now. Found some weird snacks in town. Arthur's gonna freak. Catch you later, Sean. Okay. Time out. Gonna melt. That was awesome, Mom. Now I know why they don't play baseball in the desert. You throw way better than Sean. We're not done out here yet. Let's get this food inside before it melts. No problem. She's so cool. You think? Joanne is so cool. Stanley's so cool. The heat is so cool. You're way too easy, bro. Whatever. Can't help it if I like Terran. Just be you and I know. I'm just saying. Don't get too cozy here. This is a... Rest stop. I know.